Es war in des neuen Mühlenklang. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs zahlreiche Kommen hier zu unserem Residenzkonzert mit dem Berliner Mädchenchor. Ich habe mich lange gezögert, das Angebot von Frau von Amtsberg, die auf die Konzertreise von Ihnen hingewiesen hat, anzunehmen. Denn ich selber liebe Musik, meine Familie auch und ich werde immer wieder darauf angesprochen, was wir für einen wunderbaren Flügel haben, den wir aber bislang viel zu wenig genutzt haben. Deshalb war das sozusagen ein wunderbares Geschenk, was Sie uns hier und auch der weitestgehenden deutschen Gemeinschaft hier bereiten. Also, jetzt haben Sie erst mal das Wort, das ist musikalisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt. Und ein hoher Hoffnung, das von der Höhe Himmeln kommt. Christe, Christe, Leister, Christe, Christe, Leister, Christe, 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 Leister, 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 Jesus Teum, et in terra facso binibus monem volontatis. Laudiamus Ti, beneditimus Ti, adoramus Ti, glorificamus Ti. Grazia saje impuštivi, protamanna, glbia J s Корi, Musik UNTERTITELUNG Unser heutiges Programm teilt sich in zwei Teile. Die drei Stücke, die Sie bisher gehört haben, waren ja geistlicher Natur. Diese ganze kleine Messe, Missa Brevis von Benjamin Britten, ist für so einen Chor schon eine Leistung. Ich bin da ziemlich stolz drauf, weil sich das, wie Sie gehört haben, ja auch um nicht ganz banale Klänge handelt, schiefe Taktarten, schräge Harmonien und Sie haben das geschafft. Die drei Stücke, die Sie bisher gehört haben, ja auch um nicht ganz banale Klänge handelt, wir sind. Die drei Stücke, die Sie bisher gehört haben, ja auch um nicht ganz langes Aksel. Wir sind. Wir sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.